Geliebter Bruder, höre, Gott ist nur Liebe und daher bist du es auch. Lass uns jetzt gemeinsam in seine Gegenwart eingehen, um uns im Geben und Empfangen zu üben. Der Heilige Geist ist stets mit uns, führt uns, damit wir den Blick sanft erheben, um den Bruder in aller Unschuld zu sehen. Bruder, ich gehe neben dir und halte deine Hand. Gemeinsam lernen wir, uns mit vollkommenem Glauben und vollkommener Liebe und Zärtlichkeit anzuschauen. Ich bin dein Freund, der Christus, so heilig und schön wie du. Nimm die Vergebung an, um deiner eigenen Lieblichkeit willen. Die Auferstehung ist jetzt, hier in diesem heiligen Augenblick. Und uns allen ist die Erlösung gegeben, die Gnade des Himmels. Halleluja! Gott ist nur Liebe und daher bin ich es auch. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020